Eine Zitronenscheibe und sogar eine ganze Zitrone gehen im Wasser nicht unter, sondern schwimmen. Obwohl sie doch eigentlich ziemlich schwer sind und untergehen sollten. Bei genauerer Betrachtung ist die Zitrone im Vergleich zum Wasser, und darauf kommt es an, jedoch gar nicht so schwer. Denn ein Gegenstand schwimmt auf dem Wasser, wenn er leichter ist als die Menge Wasser, die er beim vollständigen Eintauchen verdrängen würde. Eine Zitrone besteht zu 84% auch aus Wasser. Das heißt, nur die restlichen 16% entscheiden, ob die Zitrone insgesamt leichter oder schwerer ist als die Menge Wasser, die sie verdrängen würde. Diese 16% bestehen zum größten Teil aus der Schale der Zitrone. Und hier kommt die Besonderheit. In der Zitronenschale werden beim Wachsen tausende kleine Luftbläschen eingeschlossen. Und Luft ist deutlich leichter als Wasser. Selbst wenn die Schale an sich also schwerer als Wasser ist, sind die Luftbläschen darin insgesamt so viel leichter, dass auch die Zitrone insgesamt leichter als Wasser ist und so auf diesem schwimmt. Entfernt man die Schale von der Zitrone, werden auch die Luftbläschen mit entfernt. Es verbleibt das Wasser in der Zitrone und ein paar Prozent anderes Material, das schwerer als Wasser ist und die Zitrone ohne Schale insgesamt schwerer macht als das Wasser, das sie beim Eintauchen verdrängt. Sie geht unter. Im Video schwimmt die Zitrone ohne Schale zunächst noch oben, da nach dem Schälen größere Mengen Luft in den mittleren Strang der Zitrone strömen konnten, die erst entweichen müssen. Zu erkennen an den großen Bläschen, die beim Herunterdrücken nach oben steigen.